US-Präsident Joe Biden hat einen Stopp aller Energieimporte aus Russland angekündigt, ein Schritt, der den Kreml viel Geld kosten dürfte. Doch bei der Lieferung von Kampfflugzeugen an die Ukraine zeigt sich Biden zurückhaltend. So hat Washington ein Angebot Polens abgelehnt, Kampfflugzeuge aus polnischen Beständen über den US-Stützpunkt Rammstein in Deutschland in die Ukraine zu fliegen. Wir glauben nicht, dass der polnische Vorschlag haltbar ist, erklärte das Pentagon. Dabei geht es um Maschinen des Typs MiG-29, mit denen die ukrainischen Piloten geschult sind. Als Begründung für die ablehnende Haltung gab das US-Verteidigungsministerium Sorgen über ein Hineinziehen der NATO in den Ukraine-Konflikt an. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelenskyy beharrt unterdessen nicht länger auf einer NATO-Mitgliedschaft der Ukraine. Das Bündnis habe Angst vor allem, was kontrovers ist, zeigte sich Zelenskyy in einem ABC-Interview enttäuscht. Er werde nicht auf Knien um einen Beitritt betteln. Der laut Russland angestrebte NATO-Beitritt der Ukraine war offiziellen Verlautbarungen zufolge einer der Hauptgründe für die Intervention. Außerdem zeigte sich Zelenskyy gesprächsbereit über den Status der Gebiete im Osten der Ukraine, die seit Jahren von pro-russischen Separatisten gehalten werden. Er sei offen für einen Kompromiss über die Zukunft der Gebiete, sagte der ukrainische Staatschef. Unterdessen gehen die Kämpfe in dem Land unvermindert weiter, unter anderem um die Stadt Scharkiv. Das russische Militär kündigte eine Waffenruhe für den Morgen an, um Zivilisten die Flucht aus mehreren umkämpften Städten zu ermöglichen. Zuvor waren die ersten Bewohner der Stadt Sumi über einen Evakuierungskorridor in Sicherheit gebracht worden. Die Atomenergiebehörde erklärte, dass ihre Verbindung zum Überwachungssystem der Atomruine in Tschernobyl ausgefallen sei. Das Sperrgebiet befindet sich inzwischen komplett in der Hand russischer Truppen. Die Mitarbeiter sitzen hier ohne Ablösung seit 13 Tagen fest. Die Mitarbeiter sind hier ohne Ablösung seit 13 Tagen fest.